Oh, Baby, slow wind for me. Baby, slow wind for me. Slow wind for me. Slow wind for me. Slow wind for me. Also, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Schubsi-Habsi-Podcast-Folge. Ja. Auf ein Schubsi-Habsi. Auf ein Schubsi-Habsi. Ja. Was natürlich jetzt bald zum Duden auch eingeschrieben wird. Ja, wir machen das. Das wird alle Sachen, die wir hier droppen. Droppen Knowledge. Alles. Georgia Wisconsin. Ja. Triangel. Aber du hast Georgia Wisconsin vernachlässigt. Nein. Doch? Ja. Das haben ja auch viele geschrieben. Was haben die geschrieben? Das haben viele geschrieben? Was haben die geschrieben? Die haben geschrieben. Die haben geschrieben. Die sagst, unkorrekt. Ja, genau so. Weil die sagen... Zeig mal eine Nachricht nur. Jetzt? Ja. So bei De Niro. Die meinten, dass du Georgia Wisconsin nicht mehr so bewertest. Und fühlst. Doch, ich fühl Georgia Wisconsin. Bruder, ich krieg doch immer noch Nachrichten, wenn einer was im Staat Wisconsin so postet. Ja, ja. Meistens immer so Morde irgendwie. Ja, Georgia Wisconsin. Ja. Ah, slow wine for me. Wine for me. Slow wine for me. Girl, I want to be with you. Was haben wir noch? Pyjamist? Ja, klar. Ja, Pyjamist. Du bist kein Pyjamist. Du bist kein Pyjamist. Babidi haben wir jetzt. Babidi? Ey, du, Babidi. Was geht denn? Dann... Der Sess-Experte. Der Sess-Experte. Der Sess-Experte. Partner. Ach ja, die Ehe ist ja schon was Schönes. Ja. Findest du, äh, du selber, ja? Findest du, man sollte den Partner, den man heiratet, abgrundtief lieben? Ja. Abgrundtief hassen, sagt man eigentlich, sondern so lieben bis in den Tod. Ja. Weil da scheiden sich ja die Geister. Also es gibt mehrere Psychologen, es gibt auch jetzt religiöse Menschen, da haben wir auch diese Meinung, aber auch Menschen, die in keine dieser zwei Sparten fallen, habe ich selber erlebt, sagen, ich finde nicht, man muss seinen Partner so abgöttisch lieben. Lieben, aber nicht süchtig. Ja, sondern weil es eher, es ist besser, wenn man so eine abgesprochene Gemeinschaft ist. Man sagt, ey, der passt zu mir, ich passe zu dem, der hat Macken, ich habe auch Macken, wir ergänzen uns, ergänzen sie, deswegen heiraten wir. Findest du das so okay oder sagst du, nein, das muss schon so sein, dass man für den anderen stirbt? Also, das ist eine sehr gute Frage. Ja, findest du? Und ich finde, wir könnten, also man könnte wirklich darüber gut reden, glaube ich. Also, ich will nichts Falsches sagen. Ja, du darfst auf keinen Fall was Falsches sagen. Ich will nichts Falsches sagen, aber meine Meinung. Ja, deine Meinung. Nur meine. Also egal, was jetzt andere Leute sagen. Also klar, wollen wir von unseren... Egal, was das höchste Experte sagt. Egal, was das höchste Experte sagt. Klar, wollen wir von unseren Bijamisten die Meinung hören. Können auch gerne mal kommentieren. Ich sage, du musst, wenn du schon den Bund der Ehe eingehst, musst du diesen Menschen abgrundtief lieben. Weil dieser Mensch ist nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis ein Leben lang an deiner Seite. Ja. So. Dann kann ich ja direkt eine WG gründen. Ja, Falsches sagen, Mist. Das ist eine WG. Das ist eine Wohngemeinschaft. Ja. So. Ich liebe sie aber auch, wenn die mich jetzt verlässt oder er sie, dann ist das ja okay. Ist halt so. Ja. Ja. Ja, das geht gar nicht. Warum? Warum sagst du das? Das ist meine Meinung, weil ich finde, das nicht echt ist. Okay, pass auf. Weil dann kann dir jeder Strohhalm auf den Boden fallen. Ja, aber guck mal. Ich habe zum Beispiel mehrere Freunde. Echt? Was keiner glauben kann. Echt? Mehrere? Ja. Also eigentlich sind sogar alle meine Freunde verheiratet. Ich bin der einzig Kaputte. So. Alle sind verheiratet. Familiengründung. Einer hat mehrere Kinder. Einer bei den anderen kommt. Aber ich habe mehrere Freunde in diesem Freundeskreis. Jetzt werde ich natürlich nicht verraten, wer. Also Action mit den Frauen angesagt. Die mir selber gesagt haben, die lieben ihre Partnerin nicht mehr so abgöttisch, wie die Partner, die die davor hatten, ja. Aber das finden sie nicht schlimm. Das finden sie sogar besser. Weil sie sagen, guck mal, was für Probleme entstanden sind, dadurch, dass ich nicht mehr so klar denken konnte. Und der so, jetzt ist doch das Beste, was mir passieren kann, weil jetzt bin ich safe. Jetzt werde ich nicht, wenn meine Frau mich verlässt, mir versuchen, das Leben zu nehmen oder sechs Monate mir in die Hose machen und nur im Bett liegen oder, 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 mich untypisch verhalten, meine Familie schaden oder was weiß ich, weil ich klar bin, wenn meine Frau mich jetzt verlässt, klar ist das traurig, klar ist es nicht cool, aber ich komme klar. Leben geht weiter. Also ist das nicht eigentlich ein Schutz? Weil man sagt ja auch, also ich will es nichts Falsches sagen, aber ich meine, irgendwo gehört zu haben, jetzt bevor sich irgendwelche Ärzte melden, dass das ist. Wenn man gesagt hat, wenn man wirklich verliebt ist, also so, verliebt in den Tod, dann wird der gleiche Teil des Gehirns stimuliert, wie wenn du auf Kokain bist. Ja, kann sein. Und das soll ja beweisen, dass du nicht klar bist. Deswegen passieren doch so Sachen, ernsthaft, dass zum Beispiel ein Arzt, ein Zahnarzt, ein angesehener Zahnarzt, der richtig viel Geld verdient, der in einer sauberen Gegend wohnt, der eine Familie hat, der nie irgendwas mit Gewalt zu tun hatte, der nicht mal eine Backpfeife von seinem Vater bekommen hat, der nie irgendwie kriminelle Machenschaften allein nur gesehen hat, der hat ein ganz sauberes Leben. Der kommt aber zum Beispiel nach Hause, erwischt seine Frau mit einem anderen Mann oder seine Frau sagt ihm einfach, ich verlasse dich. Und dann ermordet er auf einmal seine Frau und sein Kind. Das heißt, ein Typ, der gar nicht diese Anzeichen besitzt, dass er zu sowas in der Lage ist, handelt total atypisch. Das zeigt ja, dass du, wenn du so krass verliebt bist, nicht klar bist im Kopf. Deswegen könnte man ja theoretisch, beziehungsweise du kannst nicht von der Hand weisen, dass das auch dich schützen kann, wenn du nicht so ... Ja, es gibt ja einmal ... Ich finde aber, man kann es beides haben. Du kannst einmal abgürtig lieben, aber noch realistisch bleiben. Kann man das, wenn man abgürtig liebt? Ja. Das ist die Frage. Kann man. Wenn man seinen eigenen Körper und sein eigenes Gehirn und seine eigene Seele kennt, ja. Ja, aber es ist ... Weil viele fühlen sich immer verloren in dem Moment. Ja, aber ich glaube, es ist so gesehen auch faktisch belegt. Ich bin mir nicht sicher. Ich werfe nur Thesen in den Raum, dass du dich aber nicht kontrollieren kannst, wenn du krass jemanden liebst. Dass dich das schon zerstören wird. Was ich glaube ... Also ich sehe in beiden ... Jetzt, warte mal. Ich sehe in beiden Dingen Vor- und Nachteile. In beiden Dingen. Ich denke, es gibt Unterschiede zwischen, wenn du erst mal ... Also ich denke mal so, richtige Liebe, richtige Liebe, denke ich, spürt man gar nicht so. Also richtige Liebe, das ist ... Guck mal. Geh mir mal von der Prozedur aus. Du lernst jemanden kennen, ja. Dann findest du die optisch in Ordnung oder sie. Ja, in Ordnung. Ja, in Ordnung. Sagst du, okay, krass, könnte mir passen, gefällt mir. Dann gefällt dir die Art, wie sie lacht oder er lacht. Charakter und alles mögliche. Dann lernst du die Menschen kennen. Dann findest du eher, ihr überschneidet ein paar ... Es gibt Überschneidungen. Es gibt Überschneidungen von Hobbys und bla bla bla. Auch nicht. Gegensätze ziehen sich ja auch an. Bla bla. Und dann ist man noch dieses Verliebt, man umarmt sich, man geht öfters in den Park, man macht das, man holt Blumen. Und dann irgendwann ist das ja mal vorbei. Genau, weil es normal wird. Weil es normal wird. Alltag bricht an. Und dann kommt die Rechnung und sagt, was für Blumen, lass mal Stromrechnung zahlen. Oder lass den die Sahnen rufen. Ja, oder lass den die Sahnen rufen. Ich finde, meiner Meinung nach, fängt da erst die richtige Liebe an. Weil da bist du bereit, für den Menschen alles aufzugeben. Du teilst alles mit ihm. Was machst du denn davor? Davor gehst du ins Kino, Händchen halten. Davor bist du eigentlich fake. Ja, davor. Weil du setzt eine Masche auf, weil du versuchst, dich so positiv wie möglich darzustellen. Aber du fühlst auch so. Ja klar, du fühlst so, aber es ist trotzdem, wenn ich sage fake, meine ich nicht damit, dass du jemanden betrügst oder reinlegst. Falsch bist. Ja, dass du falsch bist. Sondern, dass du halt extrem versuchst, perfekt zu wirken, weil du landen willst. Du passt auf, was du sagst. Ja, ja. Und dann gehst du nur in die schicken Restaurants oder so. Und dann gibt es ja diese... Und Herzschmerz ist da, wenn die Rechnung kommt. Herzschmerz. Aber es gibt ja jetzt ein paar Schlaue, die sagen, oh, alle machen so. Jetzt gehe ich hin und sage einfach, mir ist scheißegal, ich gehe mit einer Frau McDonalds, das reicht und so. Das ist auch noch eine Masche. Ja, das ist auch noch eine Masche. Auch noch eine Masche. Und einen auf, ich bin geerdet. Ja, so. Hä? Geerdet. Ja, so. Du bist auch asozial. Ja, okay. Und ich denke einfach, dass am Anfang ist so die Verliebtsein, man macht dumme Sachen, klar, man macht dumme Sachen, man verliert die Realität, weil man denkt, das ist es jetzt. Ja. Das ist es. Aber das ist nur die Scheinwelt. Und denk, also guck mal, wenn ich jetzt, wenn du jetzt als Mann so rumhopst da vor der Frau und so plötzlich so Tänze machst. Fällt dir der eine, weil der so mit Gitarre unter dem Fenster. So, und da rumhopst. Apropos, ich habe auf Insta, wirklich, das will ich noch sagen. Ja. Ich höre die Schein. Mir ist auch egal, was ich jetzt, es interessiert mich nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der seiner Frau die Haare glittet. Bruder, ich will dich gar nicht darüber reden. Okay. Das will ich nur mal anmerken. Ich bin entsetzt, aber was soll ich machen? Ich bin zu alt. Auf jeden Fall, ich denke, wenn du da rumhopst, dies, das, irgendwann hört das auf. Ja, aber würdest du in dieser Rumhopsphase, würdest du da der Frau die Haare glätten? Machst du beim Schubs, die Habs, die Habs, die Habs, die Habs, findest du da, muss man da Grenzen haben, also dass man sagt, ey, das mache ich jetzt nicht, um der Frau zu imponieren. Oder wenn du sie unbedingt haben willst und die Frau sagt, ey, Baby, glätzt du meine Haare, sagst du dann, ja, nimmst du das Glätteis und glätzt die Haare. Ja, das mache ich nicht. Guck mal, es gibt Unterschiede, ja? Da gibt es keinen Unterschied. Da gibt es keinen Unterschied. Nein, es gibt Unterschiede, ich meine, auch was anderes. Es gibt Unterschiede. Weißt du, dass ich nie wieder mit dir reden will? Warte, warte mal zu. Ja. Es gibt Unterschiede, wenn meine Frau zu mir sagt, ey, kannst du mir helfen mit dem Müll? Wenn ich das nicht mache, bin ich kein Mann. Ja, ist klar, aber das ist ja was Normales. Ja, aber nee, da denken, es gibt viele männliche Homo-Sapschis da draußen, die sagen, nee, das gehört zu einer Frau und so. Davon halte ich nichts. Ja, ich halte davon nicht. Wenn du deine Frau liebst und respektierst. Ich halte auch nichts davon. Ich selber halte auch nichts davon. Ja, wenn du deine Frau liebst und respektierst, dann unterstützt du sie und hilfst dir. Genau. Genau. Aber es gibt dann Leute dann, die übertreiben. Ja. Also ich werde jetzt nicht von meiner Frau die Fußnägel lackieren, während sie Gilmore Girls guckt. Ja. So, das ist mir scheißegal. Ich sage, mach das Ding weg, ich will Prinz von Bel-Air gucken oder King of Prince. Ja, aber ey, das ist ja auch schon extrem. Ja, das machen Leute. Ja, aber guck mal, wir leben in einer Gesellschaft, guck mal, wir leben in einer Gesellschaft, wo gesagt wird, ey, jeder soll doch machen, es gibt nicht das oder das. Jeder soll machen, was er will. Wer bist du darüber zu urteilen? Ja, ich urteile ja nicht und sage, köpft den. Ich sage, ich finde das unmännlich. Ja. Das ist so, ich finde eh maskulin sein. Ja, es wird immer mehr von dem maskulinen, also jemand, das männliche Ebenbild, der wird immer mehr abgeschnitten. Ach, ist doch egal, wenn er das macht. Ja und, das ist doch nicht schlimm. Das ist doch auch nicht schlimm. Und wenn er das macht. Aber ey, wenn du deiner Frau die Zehennägel, das ist schon. Und das, was du im Insta gesehen hast, das ist alles fake, Bruder. Ja, aber. Das ist dieses, oh mein Gott, romantisch, der Mann macht einen Glätteisen, der hat dir wahrscheinlich mit einem Glätteisen gerade zehn Minuten später geschlagen. Ja, warte. Ist fake. Auch wenn es fake ist. Du musst ja Prinzipien haben, du musst ja eine Haltung haben. Ja, so wie die Prinzen. Ja. Ja, das kannst du nicht machen. Ey, deiner Frau, und dann so. Wenn ich das einmal bei dir sehen würde, ich könnte nie wieder machen. Das ist aber keine Liebe. Da bist du ein Deppler. Da bist du ein Deppler. Da bist du ein Deppler. Nee, das ist keine Liebe. Aber ich weiß, was du meinst. So dieses Abgrundtiefe Liebe. Ja. Dass man so. Weißt du, was für mich Abgrundtiefe Liebe ist? Genau. Nee, 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 guck mal. Dieses abgöttisch Lieben, so dass man nicht mehr klar denkt, das ist das Beispiel. Ich habe der gut bürgerliche Zahnarzt, seine Frau verlässt ihn auf einmal. Ja, du machst wieder das Extreme draus. Ja, genau, er bringt sie und sein Sohn. Ja, aber das ist so wieder Extreme. Für was? Abgrundtiefe Liebe ist für mich, wenn meine Frau, ich weiß, sie muss nie Niere kriegen, gebe ich sie ihr sofort, ohne nachzudenken. Ja, das ist, finde ich, normal. Machen heutzutage die Leute nicht mehr. Ja, aber das ist doch dann. Ich sage dir, 50 Prozent, die Leute, die verheirrend sind und zusammen sind, würden ihrer Partnerin keine Niere geben. Dann starte ich eine Petition. Niere für den Partner. Ja, ich denke nicht. Also vielleicht irre ich mich auch, aber mein Gefühl, was ich aus Freundeskreis höre und sehe und was ich im Internet sehe, was ich so im Umkreis von den Leuten sehe, denke ich nicht. Weil, allein auch wenn die... Also ich würde meine Frau reinlegen, ich gebe einfach eine Niere von einem Schaf. Ja, okay. Weil du musst überlegen, guck mal, ich sitze zum Beispiel in einer Bar mit den Jungs, ne? Dann sitze ich mit zehn Jungs da. Ja. Ich höre, wie die mit ihren Frauen reden oder mit ihren Freundinnen. So. Ich würde niemals so reden. Ja, aber die wollen oft cool machen. Ja, aber ich würde niemals so... Ich würde sagen, Schatz, ja klar, brauchst du noch was, soll ich dir was nach Hause bringen? Ja, das ist doch normal, du bist ja ein Mensch. Ja. Aber du sitzt mit Hauptschülern am Tisch, was erwartest du? Aber es gibt Leute, die sitzen, hey, hör mal zu, ich habe gesagt, ruf mich nicht an. Wie redest du mit der Frau? Kaputter Typ. So redet man nicht mit einer Frau. Ja. So, auch nicht mal mit einem Typen. Ja, das ist, genau. Ja, du redest auch mit einem Menschen nicht so. Ja. Ey, sag mal, ich rufe mich an und so. Aber das ist auch wieder so eine andere Sache. Aber du, ich finde, du hast, du bist immer sehr extrem. Vom Zahnarzt der Leute ermordet. Von allem. So alle, du bist ja immer extrem. Ja, ja. Aber ich denke mal so... Ich bin Extremist im wahrsten Sinne des Wortes, Alter. Ich glaube, die gewöhnliche Liebe, also dass man wirklich gefestigt ist. Ja, aber das ist ja die gewöhnliche Liebe. Dass du deinen Partner vermisst. Wenn ich sage, so, ja. So. Ja, das ist ja die gewöhnliche Liebe. Aber so Partner vermisst, guck mal, ich weiß, wie du bist. Also, wie du denkst. Ja. Wenn ich meine Partnerin vermisse, sage ich so, ey, ich würde gerne bei ihr liegen oder bei ihr jetzt sein und dies, das. Weißt du was? Komm. Ich hätte gerne, dass sie für mich kocht. Ja, oder für mich kocht. Fantastisch. Boah, jetzt ihr Staubsaugergeräusch hören wäre geil. Ja, Mann. So gefällst du mir. Boah, jetzt ihr Staubsaugergeräusch hören. Und dann macht sie mir danach einen Schubsi. Hab sie. Nee, auf jeden Fall. Du bist ja nicht so. Du sagst ja, ich vermisse meine Frau, ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen. Du hast immer diese extreme Liebe. Ja. Du bist so ein Mensch, der extreme Liebe denkt. Wir kennen auch einen anderen Typen, der liebt auch so extrem und teilt dann so sein ganzes Leben damit. So ganze Leben. So alles. Auch Sachen, die man zu sich nimmt. Genau. So, da haben wir aber andere Kollegen, die sagen, ich liebe meine Frau. Ja, klar. Aber wenn die weg ist, ist das auch okay. Ja. Oder manche nehmen ja nur eine Frau oder einen Mann, weil sie alleine, sie wollen nicht alleine sein. Ja, aber das ist ja auch okay, wenn es in, äh. Fällst du das in Ordnung? Ja. Jetzt eine Frau. Ja. Habe ich auch schon mitbekommen. Ne? Die hat andauernd neue Typen, weil sie immer sich in eine Sache reinschmeißen will, weil sie endlich auch wie ihre Freundin alle verheiratet sein will. Ja. Sie will auch Kinder bekommen und so. Und dann schmeißt sich wie so ein Depp. Ja. Einfach die ganze Zeit in eine Beziehung. Wie ein Die. Ja, wie ein Die in eine Beziehung. Ist das in Ordnung? Es ist dumm. Ich finde, das ist psychisch sehr, sehr schwach. Also ich glaube, dass du auch krank bist. Ja, klar. Weil jeder, jedes Mensch hat ja... Ich kannte auch einen, der sowas gemacht hat. Selbstwertgefühl. Ja. Erzähl, Alter. Selbstwertgefühl. Ja. Das heißt, du musst ja echt... Ja. Was sagst du dazu? Also ich, äh, ja natürlich, also ich verstehe dieses Verhaltensmuster, kann ich nachvollziehen. Ja. Aber, äh, kann ich nachvollziehen, aber es ist natürlich falsch. Das ist dieser Zwang. Aber ich halte es nicht für verkehrt, wenn, sagen wir mal ich schon, du wärst schwul. Als Beispiel. Ich bin es ja. Und, äh, ich würde zu dir sagen, ey, Cheyenne, guck mal, du bist cool, du tust mir gut und du denkst das Gleiche und wir ziehen zusammen und lieben uns und, nee, warte, und wir heiraten. Ist doch egal, wenn wir uns nicht, äh, abgöttisch lieben. Hauptsache, es ist ja, wir, keiner will alleine sein, wir ergänzen uns gut. Ja, aber das ist so eine WG. Nein. Da musst du doch gar keine Heiratung. Nee, weil man, weil man, weil man tauscht Liebe und Zärtlichkeiten aus und. Ja, klar, kriegst du auch einen Puff. Ja, aber da zahlst du für erstens und zweit. Ja, aber das ist doch kein Argument, liebisch und zärtlich. Guck mal. Ja, aber es ist trotzdem anders, diese Person. Ja, guck mal, du denkst auch ins Extreme, weil du denkst, jemand, der sagt, ja, ich lieb meine Frau, so, und es passt, du tust ja so, weil du gar nicht deine Frau liebst. Nein, aber er soll auch nicht denken, wenn sie weg ist, ja, ist auch okay. Aber das ist doch ein cooler Schutz. Ist das nicht cool, wenn deine Freunde sagen, ja, wenn meine Frau mich verlässt, das wäre kacke. So ein Antivirus in der Beziehung. Ja, so schlecht für die Kinder, bla, bla, aber dann ist es okay, das ist doch besser als jemand, dass der so komplett so in ein Loch fällt, 67 Jahre. Ja, okay, dann willst du ... Na, ich sag ja, ich urteile, ich sag ja, weil es hat ... Für mich ist die Ehe genau gleich wie Fliegen. Ja, willst du jetzt 100 Jahre kein Land bereisen, weil du irgendwann mal abstützen könntest? Nein, du machst es 100 Mal und wenn es passiert, dann passiert es. Ja, warte mal. Also, dann lieb doch abgöttisch und wenn du verletzt wirst, dann ist doch egal. Ja, okay, ich muss aber da zum, da muss ich natürlich auch anmerken, die Leute, die ich kenne, die Jungs, die sagen, ja, ich liebe meine Frau, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sterbe, wenn sie weg ist, das ist ja nicht freiwillig, dass sie sagen, nö, ich bin ein Gangster. Das ist eigentlich dann die falsche Frau, ne? Ne, die sagen einfach, ey, dieses Gefühl kommt nicht mehr, weil zu 100 Prozent ist es sogar, weil sie es schon mal hatten. Ah. Das muss ich auch noch sagen, alle hatten das schon und sagen ... Denkst du, es ist nur ein Mann im Leben? Ich weiß, das ist ein Kontroverset, aber ich glaube, ja. Du kannst nur, also wenn du eine Frau oder einen Mann hast, ne? Also, je nachdem. Also, diese Liebe, dass man sagt, ich sterbe für diese Person. Und jetzt, ich rede nicht von diesen Filmklischees, sondern überzeugt, dass du sagst, ich gebe mein Leben für diese Person, ohne mit der Wimperation. Das ist nur einmal, ne? Das ist nur einmal. Und alle diese Leute, Jungs ... Dann bin ich deiner Meinung. Ja, siehst du? Und alle diese Jungs, die mir das sagen, ich weiß es ja, die hatten das schon. Und deswegen sagt der, ey ... Das ist nur einmal. Ja. Einmal funkt's. Ja. Danach, vielleicht liebst du auch. Genau. Danach liebst du auch. Aber es ist nicht dieses ... Das ist meine Frau, das ist mein Mann, ich will mein Leben mit dem verbringen. Ja, und deswegen sagen die alle, weil sie es schon hatten, wäre es jetzt, wenn es zu einem Bruch der Beziehung kommen würde, nicht mehr so fatal. Ja, ich bin sieben Tage traurig, aber Leben geht weiter. Okay, das ist jetzt ein anderer Aspekt. Ja. Du bist gut zurückgekommen, aber böse. Ich hab auch einen Schubsi-Hapsi gegessen. So, verstehst du? Das ist es. Aber denkst du, alle ... Also du meinst, wenn der Zahnarzt, dein Freund da ... Ja, genau. So, war das deine erste große Liebe? Ja, ich denke schon, weil warum sollte ein Mensch so durchdrehen, dass er so was Krasses macht, nur weil seine Frau ihn verlässt? Das muss ja dann seine ... Kann auch sein, dass ich mich irre und seine vierte Frau, und der ist einfach komplett banal im Kopf. Aber ich denke es, weil du hast dieses Ding, und dann wird dir das jetzt genommen, weil die Frau sagt, ey, ich verlasse den, und dann ... Boah, das ist schon hart, ne? Dann drehst du komplett am Rad. Es ist ja auch so, dass man das dann irgendwo nachvollziehen kann, weil sein Leben macht keinen Sinn mehr, weil er sich denkt, wenn diese Person weg ist ... Wie auf Drogenentzug. Ja. Ja. Liebeskummer ist Drogenentzug. Deswegen sag ich ja Kokain. Drogenentzug. Du kannst dich essen, fühlst dich schlecht, kommst auf dumme Gedanken. Ja, ja, ja. Und ich glaube auch, es ist bei beiden so, einer Frau, der ganz krass das Herz gebrochen wurde, von ihrer großen Liebe, also so, dass es nicht mehr zu reparieren ist, den nächsten Partner, den sie nimmt, den nimmt sie, weil sie nicht einsam sein will, es passt, es ergänzt sich, den liebt sie auch, den schätzt sie auch, aber es wird nicht mehr diese Liebe überm erst mal, alleine aus Selbstschutz, weil sie gesagt hat, ey, das hat mich schon mal kaputt gemacht. In ihrem Unterbewusstsein hat sie dann so ein Schild, so, ein bioelektrisches Schild, wie Superman. Da höre ich aber was raus. Was hörst du raus? Ich höre raus, also das ist mir gerade jetzt eingefallen. Wenn das so ist, wie du sagst. Ja, wenn es so sein sollte. Wenn es so sein sollte. Wir spekulieren. Wir spekulieren. Spekulatius, bitte. Ist es, ist das ja eigentlich Körperverletzung? Ja, klar. Das ist ja eigentlich Körperverletzung für einen Menschen. Klar. Schlimmer als Körperverletzung. Das ist genau, ob du jetzt, also theoretisch, wenn er jetzt ein Typ, da kommt jetzt eine 18-Jährige oder für manche die 16-, 17-Jährige, wenn er auch 19 ist oder auch 18. Für R. Kelly-Fans. Ja. So. Da geht er hin, das Mädchen verliebt sich unsterblich oder der Junge. Ja. Das gibt es auch bei Jungs. Ja, klar. Beide. Und dann wird er auf betrogen oder verletzt oder irgendwas. Dann ist dieser Mensch ein Leben lang davon gezeichnet und wird nie wieder glücklich, richtig mit 100% lieben, wegen diesem einen Menschen. Ja. Das Körperverletzung. Ja, ist es auch. Deswegen garantiere ich dir, das ist keine These, da bin ich mir sogar sicher. Warum gibt es kein Gesetz dafür? Weiß ich nicht, weil mentale Krankheiten nicht ernst genommen werden. Aber was ich sagen wollte ist, du kannst jeden Menschen fragen, wenn das passiert ist. Ob Männlein oder Weiblein. Wenn du die aussuchen könntest, diesen Herzschmerz, den du da hattest, oder ich beinahe. Ich breche dir beide Beine, beide Arme. Ich garantiere dir, jeder sagt, brech mir alle vier Extremitäten. Das, was ich da gefühlt habe, das hat mich kaputt gemacht. Ja, seelischer Schmerz ist richtig schlimm. Ja, das ist richtig ekelhaft. Du kannst nicht schlafen. Wegen seelischem Schmerz werden Leute Attentäter und so. Gehen zu ES und so. Impressiv, alles, ja. Ja, wegen so Sachen. Aber im Grunde genommen ist das ja keine Böswilligkeit. Nein. Sondern es ist wirklich Liebe. Also du liebst dich einmal. Also guck mal, das ist sehr interessant. Du liebst jemanden, machst aber was Negatives deswegen. Ja. Aber es ist ja immer noch das große Gedanke Liebe. Ja, das ist absurd. Das ist voll absurd. Aber das ist ja, weil du nicht mehr klar denkst. Guck mal Leute, guck mal was passiert. Genau. Weißt du, was auch ein gutes Beispiel ist? Die stärkste Liebe, die jemand empfinden kann, ist ja von Eltern gegenüber ihren Kindern. Da kann ich sagen. Guck mal, was es für gravierende Fälle gibt, ja. Was ein Elternteil gemacht hat, weil ein anderer, weil der andere Partner das Kind wegnimmt. Mit der Hilfe des Staates oder durch Intrigen oder irgendwas. Was dann manche machen, weil sie ihr Kind so, der denkt gar nicht über die Konsequenzen. Wie oft hörst du, der hat seine Frau ermordet, weil die ihm sein Kind wegnehmen wollte. Dann hat er sein Kind auch nicht, weil er sein Leben lang im Knast ist. Aber darüber denkt der im Moment nicht klar. Weil er so durchdreht. Heißt das nicht, dass es in Ordnung ist? Ja klar. Nein, natürlich nicht. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, aber es gibt doch die Leute, die immer alles falsch verstehen. Ja. Die sagen, boah krass, die haben uns ein gutes Beispiel gegeben oder so. Ach so, du hast mal zu. Ja. Aber sagen die, die sagen, schau ja, schau ja, schau ja, schau ja, schau ja. Ding, aber ich finde, du hast da recht. Ja. So, weil die dann so durch, und eigentlich wäre es am besten nichts zu machen, weil sonst schadest du, weil dann siehst du ja dein Kind erst recht nicht. Aber viele Männer und Frauen sind auch eifersüchtig, wenn das Kind kommt. Extrem. Ich habe, ich kenne jemanden, ne, da war das so, dass die Ehe seit dem ersten Kind nicht mehr so gut war, weil er eifersüchtig war. Auf sein eigenes Kind. Ja, weil sie, die Mutter, eben halt komplette Aufmerksamkeit auf das Kind gesetzt hat. Aber das ist doch normal. Ja. Ja, siehst du, dass die Männer irgendeinen Schaden haben. Ja. Weil ich finde das auch normal. Ja, normal. Klar. Du musst damit rechnen, wenn du Kinder kriegst, weil du wirst selber deine Partnerin nicht so, du denkst jetzt, du liebst deine Partnerin, die Liebe zuerst am stärksten, aber wenn du ein Kind hast, ich habe kein Kind, aber ich weiß, dass es so ist, weil es alle bestätigen. Ja. Und wenn, guck mal, wenn jetzt die Frau sagt, ey, mein Kind kommt an allererste Stelle und der Mann als zweite, sag ich, klar, ist doch normal. Also ich, wenn ich ein Mann wäre und ich hätte, also ich bin ja ein Mann, wenn ich eine Frau hätte und ein Kind. Ja. Jetzt ganz ehrlich, ich würde sogar denken, das ist eine falsche Mutter, wenn sie ihr Kind nicht an allererste Stelle macht. Wenn ich sagen würde, Jan, ich sage, du auf Platz 1, dann Platz 2 meine Michael Jackson Plattensammlung und Platz 3 ist dann das Kind, dann würde ich sagen, was wird der? Ja. Ist ja komplett am Ende. Aber es gibt dann Leute, die sind dann einversichtlich, weil die sagen, ey, das Kind ist vor mir. Ja, dann hat der eh. Dann hat der Schaden. Ja, dann hat der, der ist der ganz Gefährliche. Ja. Das ist dann der potenzielle Mörder. Ja, so sind die Leute. Ey, das ist ganz krass. Das ist ganz, 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 ganz krass. Deswegen, es ist, da gibt es irgendwie auch kein richtig und falsch. Ja, jeder macht das so, wer glücklich ist. Ja, es gibt zum Beispiel auch Leute, die sagen, ey, das war der schlimmste Schmerz meines Lebens, als meine Liebe meines Lebens mich verlassen hat, aber dadurch habe ich eine neue Frau und habe meine drei wunderschönen Kinder bekommen. Und deswegen bin ich froh, dass mir das passiert ist, weil sonst hätte ich meine drei, weil dann hätte ich mit der Kinder, das wären ja dann nicht die. Weißt du, was schlimm ist, Bruder? Bruder, das ist so ein Thema, was mich wirklich, da weine ich sogar. Ja. Also da kriege ich Tränen. Ja. Wenn ich so sehe, ob Frau oder Mann, egal, so anfängt, das Kind als Druckmittel gegenüber dem Mann zu benutzen. Ja, das machen so viele Menschen, dass der ekelhaft ist. Das machen meistens Frauen, ja. Ja. Also ich bin für Frauen-Bashing bin ich eh da. Also machen meistens Frauen. Ja. Weil die so verstörte... Babidis sind. Babidis sind. Ja. Das, Bruder, das verletzt mich so. Ja. Weil ich denke mir, du kannst sterben, lass das Kind einfach in Ruhe. Ja, die benutzen das echt. Ja, weil guck mal, das Kind, Druckmittel, dann wird das Kind... Ja, aber es macht doch Sinn, dass das meistens Frauen machen. Also fast nur. Soll ich sagen, warum? Weil in diesem Staat, das ja vom Prinzip her so erklärt ist, dass das... Ich würde gerne mal die Statistik wissen, wie viel, also wie viele Probleme gab es schon mit einem Mann mit dem Kind? Und wie viele Frauen mit Frauen? Wie meinst du das genau? Also ich meine genau, man sagt ja das zum Beispiel, wenn du jetzt ein Kind bekommst, muss ja die Frau einverstanden sein, dass du Sorgerecht auch kriegst. Genau, genau. So. Genau, die muss ein... Genau, weil sonst kriegt sie es so. Genau, nur sie. Ja. Dann Vaterschaft. Also hoffe ich, dass das so ist, ne? Ich glaube auch schon. Also ich glaube, ich bin ziemlich sicher. Ja, das ist so. Dann musst du ja die Vaterschaftsanerkennung unterschreiben. Ja. Also dass du anerkennst, dass du der Vater bist. Ja. Sonst bist du es ja nicht offiziell. Ja. So. Dann kann ja eine Frau, wenn du es nicht unterschreibst, gerichtlich anfordern und wenn ein Richter abwiegt, dass es rechtens ist, dann kann er einen Vaterschaftstest erzwingen. Ja. So. Okay. Das heißt, jetzt schützt man zum Beispiel, du darfst ja mit dem Kind nicht ausreisen alleine, ohne die Mutter ihre Einverständnis, ohne Sorgerecht, bla bla. Du darfst ja nichts mit dem Kind machen. Ja. Das kam ja von irgendwo her, dass irgendwann Ausländer ihre Kinder genommen haben und in ihre Länder verschleppt haben. Ja, teilweise. Ja. Aber ich will wissen, wie oft ist das passiert? Nee, ich glaube, dieses Gesetz ist unabhängig davon. Echt? Das ist ja auch so. Ja, das war schon davor so. Ja, ja. Okay, aber was ist denn passiert? Wie viele Männer, also was ist das Problem, dass die Mutter, also ich finde, beide müssten ein Recht haben. Und wenn es zum Streit kommt, dann soll ein Unabhängiger, ein Richter, abwägen, wer hat denn Recht. Aber wie viele Männer gibt es da draußen? Die Frauen sind die größten Arschlöcher. Ja. Aber der Mann kriegt gar kein Recht. Ja, weil das so, das ist in dem Gesetz verantwortlich. Scheiß System. Ja, das ist ein Scheiß System. Die Frauen können natürlich sehr gut Schauspielern. Das muss man natürlich auch. Ja, so. Und der Mann hat gar nichts gemacht, der Arme. Wo es auch teilweise gibt, dass die Männer auch diese Arschlöcher sind. Genau. Ja. Und ja, es ist halt die, ich glaube auch nicht, dass das noch irgendwann, also viele beschweren sich ja auch, dass es geändert werden soll. So, aber es ist halt, weil, das kann man nicht abstreiten, es ist schon gesünder, dass das Kind bei der Mutter aufwächst. Ja. Eine Mutter ist eine bessere Erzieherin. Klar. Das ist schon, also im Kern ist es richtig. Aber wie jedes vom Menschen erschaffene Gesetz oder wie jedes System, es gibt Leute, die versuchen es auszutricksen, auszunutzen, für sich zu, für seine Ziele zu nutzen. So, da kannst du leider im Endeffekt nicht mehr, aber warum machen Frauen das? Weil sie ja wissen, dass da das Gesetz auf ihrer Seite ist. Und dann sagen die, ganz schlimm, also noch schlimmer finde ich, es gibt ja Frauen, die sind im Kern schlecht, beziehungsweise alle Frauen sind im Kern schlecht und die nutzen das deswegen aus. Das finde ich nicht so schlimm, aber warten, wie Frauen, die es nur machen, um sich an den Mann zu rächen, weil der Mann ein Arschloch in der Beziehung war. Ja, dann denke ich mir, dir wurde das Schlechtes getan, warum wirst du genauso ekelhaft wie er und versuchst, dich an ihm zu rächen? Ja, das geht gar nicht. Das heißt, sie ist eigentlich gar nicht so, aber sie sagt, nee, weil der mich geschlagen hat und so ein Arschloch war. So, ich kann verstehen, zu 100 Prozent, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Ja. Aber wenn er ja korrekt zu dem Kind ist, warum versuchst du ihm dadurch zu schaden? Ja, das sind ganz schwache Leute. Ganz schwache Leute. Ich würde keinem einen Tipp geben oder jemandem, der mir sagt, ey, hör mal zu, meine Frau oder mein Mann, der will mir das Kind wegnehmen oder irgendwas und so, dann würde ich erst mal sagen, guck mal, versuch doch eine Einigung zu finden, dass alles gut läuft, lass das Kind nicht drunter leiden. Du heul von mir aus, der soll auch heulen, aber nicht das Kind. Ja, genau. Weil das Kind kann nichts dafür, dass dein Vater ein Babidi ist oder seine Mutter. Dass er in einer Babidi eher... Babidi, weil das verletzt mich wirklich. Also, da krieg ich echt Tränen, wenn ich sowas immer höre. Ja, das ist natürlich ekelhaft. Das Kind hat natürlich den größten Schaden. Ja. So, und dann kriegt man natürlich, da kriegt man Gewaltfantasien, wenn man hört, was der eine oder andere macht, dann denkt man, boah. Ja. So ein paar haben es echt verdient. Ja, so ein paar. So ein paar. Oder du bist auf dem Dach und musst dann Angst haben, dass du aufwachst und am nächsten Tag eine andere Religion hast. Ey, du machst manche Insider, die vielleicht noch keinen Null-Ich-Verstehen. Ja, aber das ist geil. Aber das ist geil, weil die Leute merken das auch mittlerweile. Ich sehe das in den Kommentaren, die schreiben voll auf. Die so, ey, guck mal, da war wieder ein Insider, den nur die beiden verstanden haben. Das ist ekelhaft. Aber im Kern ist es schon so, dass es besser ist, wenn das Kind bei der Mutter ist. Aber kann auch sein, dass jetzt Leute versuchen, mich zu korrigieren und sagen, nö. Warum? Es ist ja auch ein guter Schutz, Nisa. Ich glaube, weil es gibt ja auch viele gewalttätige Beziehungen oder gewalttätige Ehen. Gibt es ja. Und wenn die Frau mit ihrem Kind weggeht und abhaut in einem Frauenhaus oder in einem Ding. Ja, das ist ja wieder was ganz anderes. Ja, aber ich meine, wenn es da weggeht. Aber wenn dann der Mann das Recht hätte, weil wir in Deutschland leben, dann hat er das Recht, zwei Wochen da hinzukommen. Das heißt, die Frau hat nie in die Ruhe von ihm. Weil er so ein krankes Arschloch ist. Weil er muss ja erst sie ermorden mit 700 Messerstichen. Dann kriegt er Bewährung. Ja. So, das heißt, davor wird ja nichts gemacht. Immer so, ja, er muss ja erst was machen. Und diese ganze Scheißgesetze mit diesen Dingen, wenn du zur Polizei gehst. Hör mal zu, wenn du siehst, die Frau hat ein blaues Auge, ja. Dann gehst du nicht hin und schreibst einen Scheißbrief und sagst ihm, hör mal zu, du musst dich jetzt 50 Meter entfernen. Du gehst hin, du sperrst den ein. Ja, bürokratisch alles hier. Ja. Läuft alles korrekt auf. So, diese Babidi-Sachen. So. Dann kannst du, schickst du doch gleich einen Schubsi-Hapsi. Ja, Schubsi-Hapsi. So, dann musst du eine Frau schon schützen und ihr Kind. Das ist klar. Aber ich finde, man muss ein, ich muss, ich will mal so einen Richter kennenlernen. Ich will einen Richter hier sitzen haben. Ich will ihn fragen, wie machst du deine Urteile? Du musst doch einen gesunden Menschen verstanden haben. Du siehst doch. Ja, aber er ist ein Mensch und Menschen sind fehlerhaft. Das ist es doch. Ich glaube, wenn du Richter wärst, Bruder. Ja, dann wäre er vorbei. Dann wäre er vorbei, weil du willst erst mal so reinkommen. Ich weiß, wie das kommt. Du kommst rein und sagst, der ist schuldig. Du guckst den Namen, der 100%. Dann sagt er so einen Satz, guck mal diese kleine Babi, nein, nein, die war das. Ja, ja. So, dann wird die aber wieder gegengangen und sagen, oh, dann würdest du erst mal dich beraten mit uns. Ja, ja. Was sagt ihr? Ey, was sagt ihr? Warum? Weshalb? Da rufst du Volker an. Da rufst du Ömer an. Da rufst du mich an. So. Aber Volker hat das und das gesagt. Ey, warte mal. Dann gehst du wieder dahin. Dann sagt er was. Sagst du, Jungs, der hat wieder was anderes gesagt. Aber ich wäre ein stylischer Richter. Ja. Wie würdest du dich aber entscheiden? Weil ich wäre immer, ich würde versuchen. Immer fair zu bleiben. Wirklich. Ja, du bist ein fairer Mensch. Ja. Krank, aber fair. Versuch mich jetzt nicht so positiv. Nein, wirklich, du bist ein fairer Mensch. So, ich würde wirklich versuchen, fair zu bleiben. Du sagst immer beim Essen teilen. Ich habe auch nächste Woche, nächste Woche habe ich ein Thema. Ja? Ja. Das ist sehr unangenehm. Nein, bitte nicht, Mann. Ich weiß schon, wohin das geht. Doch, doch, doch. Ja, erzähl mal, was für ein stylischer Richter wärst du? Ich wäre ein fairer Richter. Ich würde versuchen, guck mal, ein Richter, die Richter versuchen uns ja zu erklären, dass die angeblich immer nur sachlich sind. Sind die nicht. Weil du kannst das nicht abschalten, wenn du jemanden siehst. Das berührt dich ja emotional. Ja, nein. Also ich könnte das nicht. Stell dir vor, du siehst einen, der heult da so. Das macht dich doch fertig. Ja, guck mal, ein Richter, guck mal, du siehst einen Typen, der hat sein kleines Baby einfach erschlagen, weil es zu lange schreit. Ja, dann, ich erschlag den selber. Ja, aber warte. Und du siehst, aber gesetzlich kannst du nicht viel machen. Ich, doch. Ja, dann würde ich, aber dann würde ich so das alles ausnutzen. Ja, guck. Der bleibt aber neutral. Ja, ich würde hinten mit einem Staatsanwalt reden und dann würde ich sogar zu seinem Verteidiger gehen und würde sagen, guck mal, scheiß doch auf den. Du bist doch eh nur sein Anwalt. Ich gebe dir 10.000 Euro. Lass uns den 300 Jahren. Todesstrafe sogar. Geil. Ja, sehr gut. Deswegen wirst du niemals erst... Ich schwöre ja, aber du hast jetzt so ein Extrem... Was gibt es schlimmer als einen, der ein Baby erschlägt? Es gab doch letztens hier eine. Das ist ja das Allerschlimmste. Weißt du, man redet hier immer, was ist das Schlimmste? Ich weiß gar nicht, wo ist das... Ein Baby erschlagen? Wie schwarz ist deine Seele? Du bist der absolute HS. Ja, du bist der absolute HS. Entschuldigung. Aber absolut, absolut. Ja, wirklich. Du musst ermordet werden. Ja, weil das geht ja nicht. Du musst überlegen, es gab ja so einen Fall jetzt vor ein paar Monaten in Deutschland oder ein Jahr wieder. Das finde ich ganz schlimm. Da ist hingegangen, das Kind hat zu viel geschrien und geweint, weil es Hunger hatte. Guck mal. Dann wurde es einfach in die Abstellkammer gestellt. Wo war denn das? Im Dunkeln. Ein Baby. Zwei Jahre, drei. Kleinkind. So, Kleinkind. Oder und die am Saufen und dies, das... Da würde ich hingehen. Ja, wirklich. Jeden verdammten Zahn würde ich ihr ausschlagen und wieder drankleben, ausschlagen, drankleben. Ich würde ihre Finger abschleiden. Man muss das über Kopfgeld machen. Nicht Kopfgeld. Nicht Kopfgeld. Payback. Mel Gibson Payback-Film-Tipp von mir. Du musst sie an so einen Stuhl fesseln und dann musst du... Die Füße sind ja da. Erstmal jeden einzelnen Zeh mit dem Hammer brechen. Geil. Bam. Ja. Bam. Die wird ihr nach dem dritten ohnmächtig. Ja. Dann wird sie wach. Und dann Adrenalin spritzt sie, dass sie wieder wach wird. Ja, genau. Dann reißt du ihr die Zehnegel einzeln aus. Boah, du musst so richtig ekelhaft. Du musst so deine ganzen Saw-Jason-Fantasien musst du da ausleben. Ja. So. Weil jemand, der ein Säugling oder ein Kind tötet, hat keine Seele. Oder geschlagen sogar. Okay, dann will ich jetzt nicht sagen, weil ich wurde auch geschlagen. Ja, aber wir reden hier von... Ja, ich weiß, was du meinst. Du redest die Schlagen so mit Hammer auf... Ja, mit Faust ins Gesicht. Ja, das ist doch so. Oder schütteln, das Baby aufs Bett schmeißen. Ja, ey. Es ist immer... Ich bin wirklich... Guck mal, ich mache immer viele Sachen Scherze, aber so da... Das ist... Ich bin immer schockiert, dass einer das macht. Und so jemand hat keine Seele. Und wenn jemand keine Seele hat, ist er kein Lebewesen. Warum sollst du ihn dann wie ein... Das ist ja... Ein sehr weiser Mann hat mal gesagt, gerade wegen diesen Pädophilen, ne? Ja. Weil Pädophilie ist, also wenn man sich an Kinder vergreift, du sollst eigentlich... Eingeschläfert werden. Nein, weil das ist... Ich finde, du sollst gar keine Todesstrafe geben. Für Pädophile keine Todesstrafe. Da, die sollen 90 Jahre leiden. Jeden Tag. Was ist das Beste, was man machen kann? Ich will nichts verraten. Aber du sollst zwölf... Einsperren und Spotify Modus Mio Play ist los. Zwölf Stunden, du musst diesen Menschen quälen. Weil das ist kein Mensch mehr. Ja, das ist kein Mensch. Das ist kein Mensch. Du hast dir durch deine Taten... Und die Menschen, der Würde ist unantastet. Guck mal, durch deine Taten hast du... Durch deine Taten hast du dir dieses Privileg des Menschseins, hast du ja abgegeben. Warum sollst du... Warum soll ich dich dann so behandeln? Du bist ja kein Mensch. Kein Mensch macht sowas. Ich habe also, wie gesagt, ein weiser Typ hat mir... Ein weiser Mann hat mir immer gesagt, diese ganze Therapien für Pädophile und Ärzte, Gutachten, Gerichtsmediziner, bla bla. Du könntest alles Geld sparen und Zeit. Ja. Sagst du, du machst eine Scheibe. Ich weiß sogar, wer das gesagt hat. Ja, eine Scheibe, die komplett durchsichtig ist, verspiegelt. Das heißt, die sehen nicht. Dann machst du vier, fünf Kinder, die in einem Wasserbecken spielen. Ja. Ja. Und der Pädophile setzen die hin mit Kameras. Und du nimmst seinen Penis und mantelst ihn in einem Seil. Und wenn er sich bewegt, geht der Revolver los in den Kopf. Und dann weißt du, ob er Pädophil ist oder nicht. Ja, aber das weiß man ja, sonst wäre er ja nicht verurteilt worden. Ja, aber ich meine, so ist die Lösung. Ja, so, weil es ja geheilt wurde. Ja, genau. Weil es ja angeblich geheilt wurde. Fertig. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Das ist echt keine schlechte Idee. Das ist echt eine gute Idee. Weil so ist auch die Praxis. Also ich finde die Idee gut, weil sie kreativ ist. Das ist eine kreative Art des Mordens. Also ich finde es gut, wie es gemacht hat. Welche Schwimmbarbe hat das? Das ist sehr, sehr gut. Aber jetzt habe ich schlechte Laune gekriegt. Ja, ne? Wieso reden wir manchmal über ernste Themen? Aber die Leute feiern das. Ich habe schlechte Laune, weil das ist ein sehr, sehr schlechte... Das ist ein... Boah, dieses Thema, Bruder. Ich bin auch immer geschockt, dass Leute ihre eigenen Kinder ermorden. Das gibt es ja. Das ist ja krank. Das sind kranke Leute wirklich. Kranke Leute. Die müssen so krank sein. Die haben ja gar keine Empathie. Du musst die aber so lange schlagen und sagst, ah, bist krank? Ich zeig dir, du bist krank. Jetzt mach ich dich krank. Auch dieses, der ist krank. Weißt du, was krank ist? Krank ist, wenn du auf der Autobahn nackt rumläufst und dich mit Hundekacke einschmierst. Das ist krank. Weil dann sehe ich den, sage ich, das ist nicht klar. Aber ein Pädophiler oder ein Kindermörder, die sind immer bedacht. Die gehen genau strategisch vor. Die versuchen, ihr Verbrechen noch zu vertuschen. Alles, wo ist der krank? Das ist doch nicht krank. Der ist gar nicht krank. Der ist alles andere als krank. Der ist ein bedachter Bavidi. Der ist nicht krank. Da könnten wir jetzt so ein, zwei Aussagen von einem Sänger mal nehmen. Ja. Dann weiß man Bescheid. So. Ich würde mal sagen. Ja, genug Depristimmung. Weil Depristimmung ist so, das hat mich jetzt gekillt. Weil so, Bruder, wenn es mit Kindern losgeht, ne? Ja, das ist schon sehr ekelhaft. Deswegen fand ich ja auch, ich habe es ja gar nicht geguckt. Deswegen hat ja auch diese Michael Jackson Doku, ist es jetzt wieder verblasst, hat am Anfang Anklang gefunden. Wie seine Haut. Ja, genau. Die ist heller geworden. Hat Anklang gefunden, weil du hast selber gesagt, du hast die ersten 20 Minuten, wie viel hast du gehört? 45. Und du hast ja gesagt, da wird das ja komplett aufgebaut, weil ein Kind, wenn du ein normaler Mensch bist, berührt dich das. Und du hast mir gesagt, die bauen das so auf. Man sieht Kinder spielen, diese Unschuld, dann diese Musik. Dass du gar nicht anders kannst, aus da rauszugehen und zu sagen, ey, der Michael Jackson war ein Monster. Weil du deine Sachlichkeit vergisst. Die bauen das doch da genauso auf. Klar. So, das ist, ich habe aber irgendwie echt ein bisschen Magenschmerzen bekommen. So, in diesem Sinne, meine Damen und Herren. Ja, würde ich sagen. Also, meine Damen und Herren, an alle Bijamisten, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Wer auch ein Bijamist werden will, kann Mitglied werden auf YouTube. Entweder geht ihr in die Beschreibung und klickt auf den Link für unsere iOS-Apple-Nutzer. Und für alle anderen steht, Mitglied werden neben dem Abonnieren-Button, den ihr natürlich auch umsonst kostenlos drücken könnt, um keine Folge zu verpassen. Was bekommt ihr als Bijamisten-Mitglied? Ihr kriegt zwei Folgen die Woche mehr. Die ihr euch anschauen könnt. Ihr könnt auch anschauen können. Ihr werdet Top-Fans. Wir werden eure E-Mails beantworten in Zukunft, wenn das alles eingerichtet wird. Genau, das wird jetzt die Tage kommen. Da werden wir eure E-Mails einrichten, eure Fragen beantworten. Wir werden auch meine Folge immer dafür widmen, dass wir einmal im Monat eure kompletten Fragen beantworten, was ihr so habt. Und ihr könnt ein Bijamist-Gast werden. Hier entweder am Tisch oder hinter der Kamera, wenn ihr euch nicht traut. Und wir laden euch ein, Flug, Zug, Autofahrt, Hotel, alles auf mich. Alles auf mich. Ihr könnt gerne auch, also ihr werdet dann eingeladen und seid einmal ein Teil einer Folge. Ja, Mann. Was mich sehr freut, das ist interessant. Und dann irgendwann, wenn das wirklich gut funktioniert und ihr wollt das und wirklich sagt, ey, wir wollen das wirklich, da habe ich auch kein Problem, dass wir hier mal so vier Stühle oder fünf hinmachen und die gucken uns einfach zur Fünf zu. Ja, das ist auch geil. Ja, und dann verbringen wir den Tag hier mit den Essen, alles. Was auch scheinen, alles zahlt. Ja, okay. Das ist natürlich wichtig. Nur Spaß. Ich übernehme alles, ich zahle sogar deren Stromrechnungen. Mach's gut. Es war mir eine Ehre wieder für dich. Es war mir eine Ehre, folgt Chayangas hier auf allen sozialen Medien. Will dich nicht. Hört einfach nur Gewalt gegen Kindern. Pädophie ist das Schlimmste, was es auf dieser Welt gibt. Und liebt eure Partner. Pädophie ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt, ja. Ja. Und sag einfach nichts, mach nichts kaputt. Ja, schon, schon. Bitte. Nein, ich wollte nicht. Einmal. Ja. Lass mich doch nicht schneiden. Ja, okay. Ich sag doch nichts. Ähm, ja. Nisa macht immer so. In was für einer Welt leben wir, dass wir das überhaupt sagen müssen. Krass, ne? Dass wir das überhaupt erwähnen, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimme, das ist das Verbrechen. Das müssen wir eigentlich gar nicht sagen. Ja, aber guck mal, diese ganzen Instagram- und Facebook-Basauis. Das ist egal. Deswegen, ja, also, genau. Ah, ich will gar nicht reden. Nee, das will ich noch sagen. An alle Familien, jetzt, die wirklich es nicht böse meinen und es nicht wegen Fame machen. Gibt's. Die gerne ihre Kinder posten und so. Hört auf damit. Ich hab so Horror-Stories gehört. Ja. Ich will es nicht aussprechen, da ich ein, ich mach zwar dumme Scherze, aber ich bin immer höflich und werd nicht ausfallend. Ihr wisst nicht, was es für ekelhafte Menschen gibt, was die mit den Bildern von euren Kindern und so mal singen, präsentiert es nicht. Ja. Vertraut mir einfach. Ganz wichtig. Das war's. Tschüss. Ciao. Ciao.